Ein weiterer Tag gefällt mir Tipp Juli 2021. Ich bin hier immer noch in der Savanne und schaut mal die Nashörner. Unglaublich spektakulär. Das sind drei Tonnen Kulösser, die sich hier frei durch die Gegend bewegen. Es ist eine erstklassige Sache. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben und jetzt seht ihr auch die Tiergemeinschaften, wie die zusammen leben. Und ja, das müsst ihr unbedingt schauen, mit euren Kindern, mit euren Grosseltern. Eine wunderbare Sache. Euer Gallensotiger.